Ich glaube, man kann mich auch so verstehen und ich möchte euch recht herzlich begrüßen heute zu unserem 20-jährigen Jubiläum in der Ortsgruppe. Mir war es vergönnt, von Anfang an dabei zu sein. Ich bin erst zwei Jahre später dazu gekommen, aufgrund von dem Klaus Lehmann, der gesagt hat, Schorsch, du machst eine Vorsitzende in Landau in der Ortsgruppe. Und so bin ich, wie die Jungfrau als Kind, über mich zu diesem Prostekummer als Vorsitzender vom Ablauf her und alles der Erwin gemacht. Er hat es auch schön, diese Einladungskarte im Layout und alles präsentiert. Und darum, Erwin, habe ich gedacht, du machst das. Ich wünsche euch einen schönen Abend mit uns und ich hoffe, dass es auch friedlich zugeht und dass alle was gefunden haben von dem heutigen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend mit uns und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend mit uns und ich wünsche euch einen schönen Abend. Applaus Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ihr seid alle Ehregeste. Aber zwei, drei möchte ich trotzdem besonders erwähnen. Ihr da solltet sich einschlüsse fühlen in diesen Gruß. Als Hannover zu uns kommen ist die Edeltraub-Glenzer, unsere stellvertretende Vorsitzende. Ein Freund der Ortsgruppe, aber ich kann sagen, auch ein Freund der Gewerkschaften ist unser Ministerpräsident, ade, Kurt Beck. Kurt, herzlichen Dank für dein Kommen. Der Kurt, das kann der Schosch sagen, das kann der Willi sagen, jeder der mal irgendwo betriebsratsmäßig Verantwortung hat, wenn wir ihn gebraucht haben, war der Kurt da. Ja, was ganz toll ist. Willkommen auch dem Wahlkreisabgeordneten hier, wir sind im Wahlkreis von Wolfgang Schwarz. Wolfgang, auch wenn es nicht hören kann, der Wolfgang hat den Wahlkreis direkt gewonnen. Das ist in der Südpfalz gut, nicht selbstverständlich. Da muss man schon arbeiten dafür. Und für alle Gewerkschafter, die hier sind, grüße ich Herrn Roland, vielen Dank für dein Kommen. Herr Roland, ich höre uns schon einige Kilometer hinter sich heute. Ja, deswegen ist es halt hier ein schöner Abend gegönnt mit allen Freunden hier. Und es ist auch mal etwas Schönes, dass wir in der Form zusammenkommen können. Ich will noch begrüßen vom DGB, Rüdiger. Herzlichen Willkommen zu dir. Wir haben junge Gesichter, wir haben Ausgebildende von der Firma Buchmann, damit auch deutlich wird, die Gewerkschaft, die IGP-ZG ist auch eine junge Gewerkschaft. Aber wenn wir, ja, machen wir mal so. Wir haben aber auch Jubilare, Jubilare hier, die 50 und 60 Jahre der IGP-ZG in der Frühkarte haben. Und die wollen wir nachher natürlich ehren. Es geht um 20 Jahre Ortsgruppe Landau. Es geht aber auch darum, wie gesagt, unsere Mitglieder zu Ehren. Und es geht auch darum, deswegen sind auch die Frauen mit eingeladen, um zu sagen, heute machen wir uns bei der IGP-ZG, bei der Ortsgruppe Landau, einen schönen Abend, an den man sich gerne erinnert, weil er das Gespräch geführt hat, in Kontakt entsteht. Viele sind ja gut verletzt, Neudeutsch heißt es.